Zwei Treffer für den besseren Boxer, für David Kaye und Baluyev ist angedockt. Mit diesem linken Aufwärtshaken hat er ihn so erwischt, dass zum zweiten Mal in der langen Karriere nach dem Bergeron-Kampf in Oldenburg Baluyev auf wackeligen Knie einsteht. Achtung, Hinterkopf, Pavon ist gefordert. Will er es jetzt noch wissen? Will er den K.O., den er eigentlich ja mit versprochen hat? Und jetzt von Dorsen, und Kien ist unsteht, er hat eine große Leitung von Kien, und er ist down. Und dann wird er das Ende der Kampf, surely. Er ist all über den Platz. Richie Davies ist ein close look, aber ich denke, das wird es all über sein. Es ist, und Neil Dorsen hat es wieder gemacht. Vorwärts, und dann wird Kohl, das ist die Power. Lange auf den Räumen, das ist oft die Fortsetzung vor Räumen. Und da ist Canelo, auf der K? Dropang Trout mit einem Strait Rheint. Trout geht es zur ersten Saison. Second round, the right hand from Tsu is good. And another one! Floor's Tudor! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane Adi stopped it! Tudor immediately up and complains. But the fight finishes dramatically in the second round. And Costa Tsu has unified the light welterweight division. Definitely, fighters' instincts, they wanted to continue, but what a punch that was. As you see, right out of the blue, I mean, Zulu's doing nothing right up to that point, being totally outboxed, but look at the state. Tudor is trying to speak to the referee, instinctively knows what he wants to do, but the body won't answer his commands. And you can see the count there, the mandatory eight count have got to four, five, six. He called it off already, Jane Adi, right at the end. Tudor was totally gone, he could not have been able to box it. Oh, we've got real problems here! What's that? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! What's that, конечно! Yeah, what's that! Tudor's first left from Giorgio, he showed! Die schweren Anfänger, die im Kulak in der Kulak sind. Die Bedeutung war er. Der Bedeutung war der Bedeutung. Der Bedeutung war der Bedeutung. Das war die Minute. Das war der Bedeutung. Der Bedeutung war der Bedeutung, der schnellst du in der Bedeutung war. Der Momentel sieht nicht bereit. Aber jetzt ist er nicht bereit. Er ist nicht bereit. Und sein Körper geht weiter. A la Trevor Burbitt, Mike Tyson, Zapp Judah Costa Zoo. Ein bisschen Floppy Fish Dance. Hier ist es. Und da ist es. Einmal hier. Quick Hands by Borgary. Using the jab. Doing it technically right. Let me tell you. That first love hook hurt Griffith. Oh, what a love hook. He's got trouble. Nine. And that's that. Jones gets his vindication. He would have had that kind of courage, you know. That's sweet. Would he ever be a threat to be heavyweight champion of the world? To get you in the proper shape. To get the proper sparring. He can do it. I was shocked that he could do that to this guy. Round six of a scheduled 12 here. Randall Bailey of the United States. In the blue red and white trunks. And he knocked Sertano down. With a right hand over the top. Three. Quattro. Cinco. Delayed reaction. Fiete. Ocho. Randall Bailey. Like a parachute that opened. Five seconds after the guy jumped out of the plane. That's the kind of power. Ну что ж, добить в этом раунде. По всей видимости, не получилось. Оступился, оступился по ветке. Просто он пошел назад. Но иногда он был отсчитан, тем не менее. Вот это раунд. Играет музыка. 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 Mills Lane send him to the corner and look at the courage again his mind and heart want to get up But his body won't allow him to His legs are rubberised looking at Mills Lane continues to count And that is a knockout from Mike Tyson Oh he's hurt! He's gone! This has got to be over him! This is a big... This is a big Big West Das ist ein großer Wunsch. Das ist ein großer Wunsch. Der Hand ist, der Hand ist. Er ist total gone. Er ist total gone. Und der Thing ist... Und dann geht Fonsadeleon. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der Hände ist weg. Und er ist blänkend, und er ist schiefst. Und er ist schiefst. Das war die erste Hände. Das war die erste Hände. Fonsadeleon nicht able to recover. Ja, das war die Hände. Das war die Hände. Das war die Hände. Er ist schiefst. Er ist schiefst. Er ist schiefst. Er ist schiefst. Und da ist die Hände. Und Kevin Howard ist jetzt fertig. Leonard weiß es. Und er ist auf dem Hände. Und Howard versucht zu halten. Juste zu bleiben. Watch it go. Watch it go. Es ist eine Minute zu gehen. Da war die Hände. Und ein Schwerpunkt. Howard hält auf. Und das war die Hände. Hier hat er einen Schwerpunkt. Das war die Hände im Kopf. Der Schwerpunkt wird im Kopf. Das war die Hände im Kopf. Der Schwerpunkt wird im Kopf. Die Übertalungen. Der Schwerpunkt wird schiefst. Der Schwerpunkt wird슬렛hhum. Und er hat das lange nicht. Er hat der Langehäumen überprüft. He is totally in control. ...dangered by getting that low. Gives you a pretty good idea as to how heavy are Manny Pacquiao's hands. Yes, and it's good focus and concentration, too. And it's ruled no knockdown. Oh, a massive left hand by Powell. And Bundridge is out of it. He is out of it. Maybe because he wasn't sure who to rule. And then one shot and it's over. That's a combination. And Deontay Wilder, 15 seconds left of the front. And there's a right hand. Ortiz is down. This is where Wilder was at. Land her right hand, it was interesting. And the second right hand. I'll tell you, the first one probably heard of it. Oh, yeah, it did. Tempo. It didn't even lay a tree. That's how strong Wilder is. Oh, on the forehead. Yeah, and his eight delivering was in trouble. Vielen Dank.